Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Creativerse. Wir wollen ja jetzt heute nach Obsidian suchen, damit wir endlich mal ein Upgrade machen können. Und ja, ich habe genau geschaut, wo das war. Das ist hier hinten beim Gebirge, also gehen wir mal dorthin. Aber so, dass es, hm, könnte es sein, dass es irgendwie ein bisschen sensibel geworden ist, die Steuerung. So das Gefühl, dass, ähm, ja, einfach die Steuerung ein bisschen zu sensibel ist. Gameoption, Controls. Ja, jetzt ist gut. Noch ein bisschen Warmen mitnehmen. Bienenwachs, so. So, also vorwärts kommen wir. Weiß kann ich dann Blind spielen. Und auch ein Haus bauen habe ich jetzt hier in diesem Spiel noch nie gemacht. Wow. Wow. Aber kein Bogen oder so. Ähm, was ist Schleichen? Schleichen kann man, glaube ich, in diesem Spiel gar nicht. Muss ich wieder lernen. Hm. Also hier haben wir noch nichts zu hören. So. Gut. Hier noch ein bisschen Crackwut. Und Lion mitnehmen. So. So. Hier möchte ich noch kurz einhintun. So. Das will ich dann wieder runterfahren, wenn wir nach oben gehen oder rund gehen. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Bringt's nicht so, oder? Ich sehe gerade kein Obsidian. Ich sehe gerade kein Obsidian. Ich möchte an der Oberfläche Obsidian abbauen. So. Hier. Können wir nach oben. Hm. Also es scheint, Obsidian gibt's eher im Gebirge. Gehen wir zum Gebirge. Ah, hier. Das ist Kohle. Nein, das ist Obsidian. Ja. Dann nehmen wir die zwei. Und... Reicht ihn hier mal aus. Hm. Ja. Es ist recht hell. Nicht mehr so dunkel. Ja, hier ist nichts. Schade. Die Fackeln möchte ich kurz noch mitnehmen. So. Hier oben haben wir auch nichts. Okay. Dann schauen wir kurz, wie lange das geht. So lange. Ja. Da müssen wir noch dann kurz zurückkommen. Also Höhle, Eingang bedeutet da. Innen ist noch etwas. Zum Beispiel eben diese Erzabbau-Maschine. Und... Wahrscheinlich muss ich da noch ein bisschen weiter zurück dann. Weil ich finde gerade diese... Ah, hier könnte es sein. Das ist gut, dass ich hier erst gerecht habe. So, wo seid ihr? Es ist gut, dass ich hier erst gerecht habe. Mhm. Hm. Da unten wäre noch Erz. Schaffe ich die? Ich will mal einen anlocken. Aua. So wollte ich das nicht. Bedeutung. Einen haben wir. Wir haben noch lange. Okay. Jetzt haben wir. Ähm. Okay, Dual-Hit haben wir jetzt geschafft. So, hier. Hier drüben. Ja, wie viel Reichweite habt ihr? Unfair. Und wie viel Leben? Wahnsinn. So, das ist Kohle hier. Kohle, ah nein, Magnanit. Kann man das noch nicht. Obsidian. Vielleicht haben wir schon noch einen. Ich möchte auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Oh, hier ist nichts. Nichts. Und hier auch nicht viel. Kohle? Ja. Aber bitte so, dass ich so entsetze. Genau. Wahnsinn, das ist die Obsidian-Höhle. Einfach nur krass. Das ist einfach nur krass. Ich möchte ja Kohle. Wo hat es noch Kohle? Da. Da drüben auch noch. Ich gehe mal hier hoch. Ja. Ja. das ist hier oben. Ich hoffe, es ist jetzt fertig. Vier Minuten sind vorbei. Ich hoffe, das zählt auch. So. Jetzt komm. Gut. Sind wir hier oben? Aber hier bringt es. Ja, okay. Okay. So bringt es etwas. Okay. So. Jetzt. Okay. Wo sind wir jetzt? Theoretisch müsste das hier oben sein. Und. Okay. Gehen wir hier nach oben. Ah ja, hier haben wir runtergeschaut. Das weiß ich. Aber hier waren wir nicht. Da. Hier ist auch. Aha. Verstehe. Und wie soll ich jetzt? So. Hallo? Hm. Kann nicht machen. Hier rein. Nein. Oh je. Verwirrung breit macht sich breit. Oh. Keinen Schaden bekommen. Also immerhin das. Immerhin das. So. Fertig. Totreten haben wir noch einen gehabt. Oder nicht? Nein, es war nicht hier. Magna Knight. Libral. Ah, hier oben. Das ist noch nicht ganz fertig. Die brauchen Länge. Hier nach oben. Genau. So, noch kurz schauen, ob wir... Ach, hier am Boden ist noch einer. Kohle ist das? Okay. Komm. Noch ein bisschen. Ja, toll. Ich will schon kämpfen, aber nicht gegen euch. Setze zäh. Ja, genau. Brennt. Komm, jetzt war kein Loot. Aber doch. Okay, ich habe ihn besiegt. Wahrscheinlich. So, jetzt. Der hat auch kein Loot gegeben, weil... Das Feuer. Wir sollten jetzt ja noch entern, also wenn wir mindestens drei oder vier Schläge gemacht haben, damit sich das nicht in Luft auflöst. Die Gegner um kein Loot bringen. Aber immerhin haben wir ja gekämpft. Sollte schon Loot geben. So. Obsidian ist hier. Und hier ist der Obsidian. Genau. Und jetzt nach oben. Haben wir hier irgendwas? Nö. Okay, dann gehen wir hier raus. Und hier wieder rein. War es hier? Ja, es war hier. Sehr schön viel Obsidian. Ich hoffe, das reicht für ein Mining-Werkzeug. Ist nicht. Okay. Ah, hier haben wir keins mehr. Stone. Bisschen komische Lechteffekte. So, waren wir hier schon drin. Ja. Ah, hier war nichts, oder? Okay, dann gehen wir hier raus. So. Und Richtung X. Da ist es die entlang. So, das scheint eine Wüste zu sein, oder so. Mal schauen wir kurz an. Hm. Ja. Ja, das scheint so eine Wüste zu sein. Es gibt nur so braune Wüsten. Aber, also, habe ich gerade Salz. Ich möchte gerne ein bisschen Salz. Was? Okay, dann bauen wir das Bett ab. Also, mehr, äh, Ding habe ich noch nicht entdeckt. Ähm. Klimazonen. Außer, ähm, die Berge. Die Wiesen. Die Wälder. Und hier die Wüsten. Oh. Hup. Okay. Und hier muss. Genau, hier. Hup. Zumachen bitte. Und hier möchte ich gerne Nein, nicht das. Das. Ich möchte gerne hier, ähm Können wir kurz schauen? 4 Slap. Das muss eigentlich hier sein. So kann ich die noch nicht kräften. Ja, ich möchte Slaps. Hm. So habe ich ja Diamanten sogar Gibt's. Ofen muss ich wahrscheinlich machen. Ja. Ofen braucht noch Slap. Ich noch ein bisschen mehr. Und hol da noch mehr Holz. So, komm. Danke. Jetzt, da ich Ding habe, kann ich den Ofen kräften. So. Nein, ich brauche noch eins. Oh. Nicht abbrechen, bitte. Hier bin ich die. Die. So, jetzt ist es fertig. Und jetzt? Genau. Ofen. Ich will ins Bett. Sicher bald Nacht, ja. Ah, was ist denn los? Ich kann die Tür nie anwählen. So, jetzt. Zumachen. Bitte. Fertig. Ja. Und jetzt den Ofen platzieren. Der ist hier auf der Acht. So. Obsidian, bitte. Fuell. Was kann ich das Fuell mal nehmen? Eigentlich Cola, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde noch das Holz verwenden. Mehr, aber nicht. Ah, da kann man Glas herstellen. Gut. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen Obsidian. Daraus machen wir eben die Slabs, oder? Ja. Gut. Hier noch das mitnehmen. Haben wir hier... Nein, kein Holz. Den Zahn kann ich mal reinlenken. Das haben wir hier noch doppelt. Noch leider nicht viel. Wir brauchen eine neue Kiste. Ich schau mal, wie die kostet. Stone Slabs. Stone habe ich ja genug. So, machen wir mal ein bisschen mehr. So, und jetzt hier. Noch zwei. So, wie machen wir jetzt das? Und das gleich hier. So. Das sehen wir raus, was das da, also was für ein Ding ist. Und Glas möchte ich gerne auch hier reinlegen. Ich weiß nicht, die Notes, das Wutenschwarz, ich weiß nicht, Schwarz, oder Zinn, äh, verbrennen es im Ofen. und dafür möchte ich eben die... Was ist das Glas? Da ist es. Muss ich noch gewöhnen. Ähm. Dann würde ich das mal als Dekoration nehmen und tu die rein. So. Gut. So, eine Kiste. Ah, das ist falsche Mechanism. Ähm, hier. Noch eine Obsidian. Okay. Kiste bitte. Ist das eine bessere? Die braucht Arx da. Eigentlich schon zwei. So. Eine hier. Kann ich die draufsetzen oder so? Ja. Und es geht auch auf. Dann mache ich hier mal alle Blumen. Kann ich das auch wieder reintun. Meines brauche ich jetzt im Moment nicht. Okay, jetzt lasse ich mal hier. Und hier alles. Mob Loot. Hm. Queen Bee. Ja. Auch wenn es kein... Dings Wuten Wahl. Bettdruck. Limestone. Moss. Mhm. Stone Road kann ich reintun. Obsidian. Leder. Die Ding... Ähm. Leg ich weg. So. Jetzt haben wir endlich wieder Platz. Was? Limestone und Bettdruck. Limestone. Bettdruck. So. Und hier. Toll. Also nehme ich das noch mit, weil wir es einfach brauchen. So. Du. Verfeuern. So. Also, jetzt schauen wir mal, dass wir es endlich kräften können. Gut. Kräften. Das kräften. Sehr schön. So. Du bist raus. Du bist raus. Sehr gut. Und jetzt möchte ich noch kurz schauen, was der Ding sagt. Neue Klinge. Drei Obsidian. Ach. Ich lebe Wuten Leder. Hm. Nein. Ich sammle noch ein bisschen Holz. Schau auf die Monster. Ich möchte einfach hier frei machen, ein bisschen. Und hier das Bauen dann. Oder auf dem Hügel drauf. Ach so, greifen die Monster eigentlich nicht an. Sonst geht mein Schwerk kaputt. So, also, ähm, ich mach mal den Part fertig. Sonst wird er zu lange. Und, ähm, ja, nächstes Mal machen wir dann das Obsidian-Schwert. Holen noch mehr Obsidian. Oder gehen schon in Eisen suchen. So, so. Sechs. Gut. Also, Dankeschön für's Schauen. Tschüss, Leute.